So, wir sind wieder da. Sorry für die letzte Vorhinein, für die Unterbrechung. Ich hab hier die Uhr verpasst. Ja, Crash hat gerade erzählt, dass eine Friedensmission geschickt wurde zu dem Leopardenmann, um Frieden zu lassen. Und da war auch seine Tochter dabei, Rishaka. Und jetzt fragt gerade Rakesh, ist sie tot? Ich weiß es nicht. Meine Magie sagt mir nichts. Ich glaube es allerdings nicht. Aber das mag der Wunsch einer Mutter sein und nicht die Realität. Wir gibt es unsere Unheflichkeit, aber Rishaka ist unsere Tochter. Kräscher, lass uns darüber später reden. Ja, wie gesagt, es wurde eine Friedensmission ausgeschickt zu den Leopardenmann, weil zwischen dem und den Symbani gab es Kriegsgeräte. Also Symbani sind diese Krieger zu den Ruhr gehört, diese Art Städtenbewohner, Savannenbewohner, wie zum Beispiel Afrika, das kann man vergleichen, wilde, eingeborene. Und die Leopardenmann sind so eine Art, ja, sind auch Eingeborene, wie die Symbani, aber die können ihre Form wechseln in den Leoparden. Und ja, zwischen denen gab es Kriegsgeräte. Und deswegen wurde eine Friedensmission ausgeschickt zu denen. Der Leopardenmann, die wurde aber überfallen nachts und es kam nur einer lebend zurück. Und Rishaka, wie gesagt, die Tochter von den beiden hier, war dabei. Und da weiß man nicht, was man nur machen soll. So. Das war das Gerede vom Krieg, jetzt reden wir noch einmal Rakesh. Rakesh ist mein Lebenspartner und mein Freund. Er genießt den Respekt des Rates der Weisen und Raias des Königs von Tana, der Rakeshs Bruder ist. Gut, reden wir mit ihm. Wir werden Uhura und Simba in ein paar Tagen wiedersehen, da wir zusammen zu ihrem Dorf reisen werden und mit den Bewohnern ihres Stammes reden werden, um mehr über den Krieg zwischen den Symbani und den Leopardenmann zu erfahren. Symbani? Das Symbani-Dorf befindet sich eine Tagesreise weit von hier entfernt. Alles was ich von den Leopardenmann weiß, ist, dass sie ein Volk von Gestaltwechseln sind, die im Dschungel leben. Genau, die leben im Dschungel, während ja die Symbani in der Savanne wohnen. Krieg. Ich werde die nächsten paar Tage damit verbringen, mehr Informationen über diesen Krieg zu erhalten. Wir können später weiter darüber reden. Die Leotaure haben Tana seit Anbeginn ihrer Existenz beherrscht. Die meisten Leotaure haben wenig mit Menschen zu tun, obwohl sich das jetzt ändert. Auf eine Art ist das Gerede vom Krieg ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Leotaure anfangen, die Symbani als unsere Freunde und Alliierten zu sehen. Rakesh, du bist so lange Zeit fort gewesen. Es gibt einige Mitglieder des Rates der Weise, die auch Menschen respektieren. Es gibt aber auch solche, die den Krieg um des Krieges wählen wollen. Genau, jetzt haben wir mit dem genug geredet. Es gibt mich auch, ja ich wollte nochmal gucken, Magie habe ich leider nicht. Aber es gibt zum Beispiel hier, kann man auch mal auswählen, laufen, schleichen, schlafen. Unser Charakterbildschirm. Hat sich noch nichts verändert, obwohl ich über den geredet habe. Hätte auch meine Sprache hochgehen können, aber wahrscheinlich noch nicht. Und es gibt auch so eine Art Echtzeit, Tagswechsel, es ist erster Tag mittags. Es wird auch dunkel werden im Spiel zum Beispiel. Und da sollte man sich zum Beispiel nicht außerhalb der Stadt aufhalten, wenn man nicht gerade ein starker Camper ist. Weil dann kommen die ganzen Monster nämlich. Gut, hier sind wir erstmal fertig. Sagen erstmal Tschüss. Lebt wohl, Prinz von Shapir. Bis später, mein Freund. Und wir erkunden Martana, die Stadt. Ich habe ein Zimmer für dich in der naheliegenden Pension reservieren lassen. Ich sehe, dass du darauf brennst, dich die Stadt zu erkunden. Lebt wohl, Prinz von Shapir. Lebt wohl, mein Freund. In zwei Tagen werde ich vor dem Rat der Weisens stehen und vom Frieden reden. Ich möchte, dass du auch dort erscheinst. Danach können wir zusammen zum Simbani-Dorf reisen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um was zu tun. Und dann müssen wir dann bereit sein. In der Zwischenzeit jedoch erkundetana. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du uns hier finden. Komm einfach herein, du bist jederzeit willkommen. Hm, fast jederzeit. Schließlich brauchen wir Rakiisch und ich etwas Zeit, um, naja, miteinander zu reden, in Anführungsstrichen. Und nach so langem getrennt sein. Auf Wiedersehen. Ja, ihr Pimper, ihr. So. Ist das eben eine City? Ich werde mal noch schneller einstellen. Da läuft mir schon so langsam. Man kann auch Stauern und Laufen einstellen, aber dann ist die Ausdauer bald weg. Deswegen gehe ich erstmal durch die Stadt. Und wir gehen erstmal in die Pension, wo die ein Zimmer für uns gestellt haben. Und zwar ist die hier. Habari-Bana, Narak Said Effendi. Willkommen in der hässlich willkommenen Pension, Sohn des Sultans. Ich bin die Empfangsdame. Grisha, die Mutter der Magie, hat hier ein Zimmer für dich reservieren lassen. Es ist die erste Tür rechts, wenn du die Treppe hochkommst. Ich hoffe, es genügt deinen Ansprüchen. Ich muss jetzt wieder in die Arbeit, aber wenn du etwas essen möchtest, setz dich einfach an einen Tisch. Hier unten ist drängend der Clown. Ja, bevor er Wrestler wurde. Hier ist ein schwarzes Brett. Da lohnt es sich, mir öfters drauf zu gucken. Gucken wir mal nach. Wenn sie der Magie bedürfen, würde ich mich geärt fühlen, ihnen zu dienen. Grisha. Salben, Pillen und gute Laune. Besucht die Apotheke, wenn ihr etwas für die Gesundheit braucht. Ihnen fehlt etwas? Wir haben es bestimmt. Besuchen wir uns im Basar. Das kaum gebrauchte Emporium von ungewöhnlichen Antiquitäten und anderen interessanten Gegenstanden. Und die Gesetze Thanas. Niemand soll Schaden erleiden. Niemand soll Magie in der Straßen von Thana benutzen. Niemand darf eines anderen Gegenständen anwenden. Man übernehme sich ehrenhaft. Genau, Magie ist verboten hier. Als Magie sollte man tunlichst nichts machen. So, hier oben ist unser Zimmer. So, hier kann man schlafen, wenn man drauf drückt. Wenn man das benutzt, kann man schlafen. Hier ist unsere Aufbewahrungskiste. Natürlich leer ist die Kiste. Ich werde jetzt auch nichts reinpacken, weil ich habe noch genug. Man kann auch bloß bestimmte Anzahl von Dingen tragen. Also, ich kann 9900 Einheiten tragen und 4000 sind belegt. Gut, gehen wir raus hier. Na komm. Na, gehen wir zu. Wenn man was essen möchte, dann setzt man sich einfach auf diesen freien Platz hier. Indem man ihn benutzt. Und dann kommt die Dame schon angewatschelt. So. Hallo Goldshop, was kann ich für dich tun? Jetzt begrüßen wir sie erstmal natürlich. Also, wenn wir was sagen möchten, klicken wir auf uns einfach nur. Sagen Hallo. Du begrüßt die Empfangsdame. Mahabi, ihr Fendi, du bist höchst willkommen hier. Du, der dir so höflich bist. Also, man muss das nicht so spielen, aber ich mache das gerne so. Auf Ehrenhaft zu machen. Reden wir Schapir. Du erzählst der Empfangsdame von deinen Abenteuer in Schapir. Du bist wahr heftig ein hellen Friedenssuchender. Ich kann auch ein bisschen mit dir flirten. Du schmilzt mein Herz mit deinen Worten, du mit der talentierten Zunge. Wirst du im Handeln genauso geschickt wie mit Worten? Klar. So. Genug von mir? Pension. Diese Pension ist zu allen Zeiten geöffnet, um dir zu diensten zu sein. Oben wartet ein Zimmer auf dich. Zimmer. Die große Zauberin Cresher hat dein Zimmer für dich reserviert. Dein Zimmer ist das Reste oben rechts und hat eine Truhe, in der du deine Wertsachen lassen kannst. Name. Ich heiße Janna Jamil, was auf Arabisch schönes Paradies bedeutet. Restaurant. Wie in allen guten Pensionen, Tana hat auch diese eine sehr gute Küche. Sie ist von Sonnenaufgang bis Mitternacht geöffnet. Viele Bewohner der Stadt kommen auch zum Essen zu uns. Tana? Tana ist eine große Stadt und ein großes Königreich. Die Treppe führt von diesem Plateau zum Bazar, auf dem viele Händler auf aller Herren Länder ihre Ware zum Kauf anbieten. Von der Treppe über uns aus kannst du den Eingang zum Richtersaal und zu den Gemächern des Königs sehen. Hoch über Tana erhebt sich der Tempel des Hekmet, in dem die Leotaura die große Göttin anbeten. Möge sie uns alle beschützen. Ja, bestellen wir was zu essen? Nö, jetzt nicht. Wir sagen Tschüss. Du verabschiedest dich. Bis später fremder mit dem hellen Haar. Das passt ja sogar. Ich habe auch helles HBR. So. Oh, jetzt ein kleinen Wink gegeben. Das macht sie auch nur, wenn man mit ihr flirtet. So. Ich muss kurz nachdenken. Okay. So, jetzt gehen wir mal zur Apotheke. Nee, erstmal gehen wir zum Bazar. Weil das Wichtigste erstmal hier ist, wir müssen unser Geld umtauschen. Weil wir haben noch die Nahe, die Nahe sind hier nichts wert. 200 Dinare. Deswegen gehen wir erstmal kurz zum um Geldwechsler. Das war ein Fehler von mir. Du betrittst, du betrittst das Norden des Basars und bist Zeuge einer Meinungsverschiedenheit. Was machst du da? Das darf man auch nicht. Haltet den Dieb. Hinterher. Ja. Bitte beleite uns zum Richtersaal. Du wirst von der Wache zum Richtersaal geführt, um dem Urteilsspruch gegen den Dieb beizuwohnen. Der Rat der Weisen hat entschieden, dass du, Harami, die Gesetze des Landes Taner gebrochen hast, indem du die Sachen anderer genommen hast. Du hast gezeigt, dass du keine Ehre besitzt. Möchtest du noch irgendetwas sagen, bevor du zum Ehrenlosen erklärt wirst? Und? Der Rat der Weisen, und denen die Gesetze, und denen den Gesetzen Taners folgen, wirst du, Harami, offiziell zum Ehrenlosen erklärt. Du hast dich so zu verhalten, du hast dich so verhalten, und deshalb soll es so sein. Der Ehrenlose muss den Richtersaal verlassen. Ja. Was Ehrenlos bedeutet, werden wir später erfahren. Der Rat der Weisen ruft nur den Prinzen von Shapir. Der Rat der Weisen bedankt dem Prinzen von Shapir, dass er als Zeuge in dem Prozess gegen den Ehrenlosen zur Verfügung gestanden hat. König Raya hat befohlen, dass Rakesh und der Prinz von Shapir ihn sofort in seinen Gemächen aufsuchen sollen. Oh, wir wurden vom König vorgeladen. Und da ist er schon. Dir ist es erlaubt, in Raya Satanas Angesicht zu treten. Raya Sataner, ich stehe vor dir. Rakesh, Sataner, du stehst vor mir in Ehre. Dies ist mein Freund, der Prinz von Shapir. Das müssen wir uns natürlich vorstellen. Grüße. Du sagst dem König, dass es eine Ehre für dich ist, dich in seinem Gegenmarkt zu befinden. Prinz von Shapir, du stehst in alle Ehre vor mir. Rakesh, du hast diesen Prinzen von Shapir mitgebracht, um dir zu helfen, Frieden zu schaffen. Wie kann ein Mensch einem Leo-Tower solch einen Dienst erweisen? So, Mensch, du hast Rakesh imitiert und bist ein Paladin geworden. Warum bist du ihm hergefolgt? Glaubst du nicht, dass Rakesh Paladin genug ist, um die Situation in den Griff zu kriegen? Die Antworten natürlich. Du beantwortest Raya's Fragen. Sehr gut. Dieser Prinz von Shapir ist also gekommen, um Frieden und Harmonie nach Tana zu bringen. Du bist zu alt, Rakesh, wenn du auf wendliche Hilfe zurückgreifen musst. Dein Alter hat dich feige gemacht und dir deine Ehre genommen. Wir verteidigen ihn natürlich. Du verteidigst die Tapferkeit und Ehre von Rakesh. Du hast es nötig, einen Menschen über dich sprechen zu lassen, Rakesh. Du bist der Letzte, vor dem ich mich verteidigen müsste, Raya. Rakesh, gerade du solltest den Krieg wollen, anstatt von Frieden zu reden. Rishaka ist verschwunden. Deine eigene Tochter wurde von den Leopardenmann getötet. Willst du keine Rache? Es ist nicht sicher, was Rishaka passiert ist. Wenn ich mit Sicherheit weiß, was passiert ist, kann ich selbst die Dinge in die Hand nehmen. Es ist nicht nötig, dass ganz Tana, meiner Tochter, wegen unter den Schrecken des Krieges leiden soll. Rache um der Rache Willen ist sinnlos. Kopflose Rache ist reine Dummheit. Rakesh, du... Mensch, hast du dieser Unterhaltung irgendetwas Wichtiges hinzuzufügen? Du sprichst davon, wie Rakesh dir ein Shapiro georten hat. Du kannst dich glücklich schätzen, solch einen Verteidiger in deiner Ehre zu haben, Rakesh. Mensch, du darfst dich jetzt aus unserer Gegenwart entfernen. Ich möchte weiter mit Rakesh reden. Gut, wir gehen. Du sagst, Raya lebe wohl. So, jetzt sind wir auf dem obersten Tableau. Ja, so sieht es hier aus in der Stadt. Menschen sind sozusagen nichts wert und nur die Löwentauern sind die Herrscher hier. Die wohnen, wie gesagt, auch auf den höheren Ebenen, während die Menschen unten und in der mittleren Ebene wohnen. Ja, Raya, der Bruder von Rakesh, ist ein ziemliches Arschloch, wie man gesehen hat gerade. Vorher war Rakesh auf dem Thron, aber es wird sich... Es kommt dann später, da wird auch erklärt, warum er zurückgetreten ist vom Thron. Das will ich noch nicht spoilern. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Apotheker. Nee, wir müssen wieder zurück. gehen wir immer noch unsere Dinare umtauschen. Und unsere Knete. Und zwar geht das hier oben, wo geklaut wurde. Ja, die quatschen alle an hier. Wir begrüßen ihn. Die begrüßt den Geldwechsler. Wir wollen euer Tag mit Freude gefüllt sein im Fendi. So, er hat uns gerade angeboten, das Geld, um zu tauschen. Das machen wir natürlich gerne. Tauschen in Reals um. Und dieses Bip-Bip heißt, dass wir Punkte bekommen haben. Vielen Dank. Weil wie in allen Sierra spielen gibt es für Aktionen Punkte. Rätselpunkte zu 11 haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es das jetzt gibt. Ich denke, immer so 200. Und ich habe sogar Sprachpunkte bekommen, wahrscheinlich, weil ich jetzt so viel mit den Leuten geredet habe. Ja, okay. Okay, .